Das war's für heute. Sie gehen bei tiefer in die Minen? Ei, ei, ei. Oh komm, so langsam wie die sind. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht. Wir können sie doch nicht einfach. Okay, ich geh runter. Hm? Ich komme mit. Nein, Stollen wie diese sind türkisch. Überlass das einem Profi. Nichts für ungut. Aber du würdest mich nur aufhalten. Ich werde gehen. Klettern liegt mir im Blut. Gut, dann ihr. Tut mir leid. Mhm. Danke. Jo. Wenn ihr euch nicht beeilt, verliert ihr den noch. Passt gut auf euch auf. Alles klar. Dreier confirmt. Was zum Geier. Kann ich den nicht von deinem Elend erlösen? Ah, kann sein, dass ich den Weg vorher freiräumen muss, damit der halt nicht stirbt. Oh, Mini-Schlangen. Irgendwie habe ich erwartet, dass der Kommentar von dir kommt. Das sind noch die Kommentare, die ihr mögt. Oh, komm schon, wirklich. Nee, den muss ich nicht verfolgen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte mal. Silfenhände. Magische Attacken? Nee, brauche ich nicht. Ja, das kann ich nicht verfolgen. Das war ja simpel. Na gut, es ist halt immer so. Das finde ich ein bisschen schade. Entweder du spielst auf normalen Bist und es ist alles so ultra schwer, gefühlt. Und auf einfach ist es wieder zu einfach. Es gibt irgendwie nichts mehr dazwischen. Oh ja. Das war's dann. Na wer weiß, wie oft ich bei dem gestorben wäre. Bin ich überhaupt richtig? Ich finde es ja doch schade. Ja, dass die Sachen, die man halt auflädt, dass die halt immer wieder gleich sind. Also, dass du die halt nicht auflädst, dass du die nicht in den nächsten Kampf mitnimmst. So, die Punkte. Oh, komm schon, wirklich. Nee, tiefer kann es sich aber wegboxen. Wow. Wow. Seht euch das an. Oh. Ach, die Aris ist immer so unbekümmert. Ach, die Aris ist immer so unbekümmert. Das hat geklappt. Ja gut, das war ja auch relativ einfach. So, was haben wir hier drin? Dreimal Supertrank. Das beschädigt und kann nicht benutzt werden. Kannst du dich einfach eine von den Mädels da hochwerfen? Bei Resident Evil 5 gab es das auch. Kannst du deine Partnerin auch hochwerfen? Die dann zum Beispiel Leitern oder so runtergelassen. So, ich will aber hier nochmal gucken, ob es da noch irgendwas gibt. Nee. 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 Das war's dann. 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 Hä? Dieser Aufzug ist beschädigt und kann nicht benutzt werden. Ja, das weiß ich. Das war's dann. Das war's dann. Das war's dann. Oder ich hätte hier gar nicht runtergemusst. Oh, die Viecher sind wieder da. Das war's dann. Das war's dann. du, 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 du. So. Die Mädels kommen schon nach. Ich glaube, wir haben die Männer in schwarz verloren. Die finden wir schon. Falls sie nicht wieder abgestürzt sind. So. Hat zwar, glaube ich, nicht wirklich was gebracht, aber... Besser als gar nichts. So. Wollen wir die Männer in schwarz mal finden? Sag mal, wie geht es eigentlich, Reno? Die Verletzungen sind gar nicht so schlimm. Er ruht sich nur ein bisschen aus, weil er in letzter Zeit... ...ziemlich ranklotzen musste. Moment mal. Dann macht er also richtig Urlaub? Da kann man ja glatt neidisch werden. Ja. Sowas in der Art. Er hat's gut. Nee. Der langweilt sich zu Tode. Und was... ...machen wir jetzt mit dem? Rude. Mal ganz ehrlich. Ich kann dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Dass wir die Schwarzkutten verfolgen... ...was soll das bitte bringen? Ist ein Befehl von oben. Mehr braucht dich als Turk nicht zu interessieren. Seit wann bist du... ...so ein Kriecher? Na jedenfalls... ...dem da ist nicht mehr zu helfen. Okay. Lass ihn uns erlösen. Son wird sicher... ...dasselbe tun. Grausam. Gäste! Gutes Gehör. Sorry. Aha! 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 Avalanche! Gäste! 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 Der neue Stern am Terkshimmel. Elena! Mit Abschaum wie euch... ...räum ich gnadenlos auf! Wo ist Rino? Im wohlverdienten Urlaub. Und während der nicht da ist... ...habt ihr mich am Hals! Sie mag unser neustes Mitglied sein. Aber unterschätzt sie besser nicht. Gäste! Gäste! Das war's für heute. Wind ist wirksam. Ah, die ist gut, die Kleine. Das war's dann. Das war's dann. Irgendwelche letzten Worte? Flüssen hoch! Sofort! Oh, die hatten wir schon im Griff. Zeng, du Lappen! Dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Wie auch immer, die Dinge haben sich gewendet. Steht zwar ein Kopfgeld auf euch aus. Aber wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, lasse ich euch gehen. Wie gnädig euer Ehren! Pass gut auf Aerys auf. Elena! Yo! Das war keine gute Idee. Wir sind die ja in der Mide, ihr Idioten. Ich mach aber auch gleich Schluss schon. 20 vor 2. Wo sind die anderen? Seid ihr okay? Klar! Hab mich ehrlich nie besser gefühlt. Schaffen wir uns irgendwie raus? Klar wird schon. Dann treffen wir uns am Ausgang. Okay. Schon wieder von denen getrennt. Ah, ich schwimme mit Barrett. Hm? Er macht mir auch Sorgen. Ziemlich. Ah, ich kann also ab... Herz abbauen. Herz abbauen. Okay. Halsband der Rebellion. Ah, schwierig einzuschätzen. Tief. Tief. Ja. Tief. Tief. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das bringt mir jetzt was Na dann, was geht? Wurden seert, what the fuck? So, wunderbar An sich finde ich es ja nicht schlecht, dass man von den Gegnern auch mal getrennt wird Äh, von der Gruppe So, wunderbar Naja, schwimmen wir jetzt mal rüber Finde ich immer noch ein bisschen komisch, dass von dem Vieh der Schwanz brennt Und der im Wasser rumschwimmt Das wird ein Kinderspiel So, so Ich seh dich Ist was sie alle platzen Auf die 12 Verzieh dich Na? Achtung, jetzt knallst Nicht übel So So, let's go Ich hab keine Ahnung, was Ich hab keine Ahnung, was Wut und so ein Kram macht Ich hab das Gefühl, dass ich das noch brauch Obwohl ich Final Fantasy jetzt nicht unbedingt als Farmspiel oder so sehe Passt halt nicht in das Konzept Da geht noch was Aus dem Weg Hab was für dich Da Achtung, jetzt knallst Jetzt geht's erst richtig los Ja, Eiswatsche Geil Der Name ist cool So 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 Ich seh dich Wie schmeckt dir das? Ha Da geht noch was Ich glaube, es war ein bisschen overpowered. Ah, Barret ist nicht ganz so flink. Ich habe das Passage-Ergebnis. Dass das am Arm nicht wehtut, so ein Schienengewehr. Aber es ist halt Barret. Kletterpassagen hätten sie sich auch sparen können, vor allem so lange. Ich finde, es ist halt Barret. Die Barret ist meine Barret. Die Barret. Ich habe das Programm. Ihr habt einen Schild, weil ich das Programm gemacht habe. und er hat es, was wir wollen. Und es war das Programm. Ja, okay. So, ja, warum nicht, ne? Oh, wieder klettern. So, jetzt zur Seite drücken, jetzt nach oben drücken, auch kannst du dich einfach nach oben drücken, das Klettern ist so schon nervig genug. Ach, naja. Das war mal Schaden. Holy Moly. Holy Moly. Holy Moly. Holy Moly. Holy Moly. Wegen des Planeten. Hier können wir noch ein bisschen Eisenherz farmen. Ich hab das dumpfe Gefühl, dass wir es halt irgendwie brauchen. MP Heilung durch Makroni, das ist auch nicht schlecht. Na, da waren wir mal ein bisschen schneller. Das haben wir doch nur gemacht, damit man seine... ...gewehrarmfähigkeit ein bisschen benutzt. Außerhalb des Spiels. Warte mal, ich mach erstmal das, was wir nicht machen müssen. Ja, ich mach mich auch jetzt gleich. Obwohl, machen wir grad jetzt. Ich kann auch nicht mehr. Bin jetzt auch müde. So. Hey, Leute. Gute Nacht. Macht's gut. Totoo. Vielen Dank.